Hi Leute! So, kaufen wir uns doch erstmal die empfohlenen Gehstände und dann gehen wir top. Das haben die anderen nämlich so entschieden, wie ich soll top gehen. Ähm, und dann schauen wir doch mal. Wir haben hier Shaco, Fyss, Israel und Renekton bei uns. Gegen Warwick, Ari, Esch, Renekton und Maokai. Hm, schauen wir mal. Das gegnerische Team ist mehr auf Magie, Fähigkeitenstärke. Und unser Team ist mehr auf, ich glaube auch Fähigkeitenstärke, Shaco und Es... Ja gut, Esreal, da konnte früher beides sein, ich weiß nicht mehr. So, die fangen nicht drauf an, ob ich auf Fähigkeitenstärke gehe. Ich sag ja. Ach, bestimmt, weil ich das da gekauft hab. Ähm. Ja gut, aber das ist ja ein Dev-Item und das brauche ich auch, äh, ist es nicht in der Empfohlen, sondern das werde ich auch brauchen, weil ich alleine, äh, top bin dann. Ich habe übrigens ein tolles Thema mir für heute ausgedacht, nämlich dieses neue YouTube One-Channel-Layout. Also zumindest, wenn ich mal zum Reden komme, so wie jetzt, wo wir gerade drauf warten, dass Blue kommt. Ähm. Wie findet ihr das so? Also ich habe mir das jetzt kohlt. Äh, werdet ihr wahrscheinlich schon gemerkt haben. Ich habe, äh, mein Channel ist jetzt, schaut jetzt neu aus. Und, äh, gefällt mir auf den ersten Blick schon recht gut. Das alte hatte zwar viele Vorteile, aber, ja gut, das neue hat auch vieles. Was mich aber immens dran stört, sind zwei Punkte. Erstens, beim alten Layout konnte man in den Kanaleinstellungen die Tags für den Kanal, äh, einstellen, also, wie man, wie der Kanal selber gefunden wird und nicht nur die Videos. Das habe ich beim neuen Layout nicht gefunden. Nirgends. So, wir greifen hier jetzt den dann und... So, er sagt Thanks, das heißt, wir hauen jetzt ab. Gut. Ähm, also wie gesagt, ich habe das nirgends gefunden. Das stört mich aber, weil ich würde gerne die Tags weiterhin bearbeiten können, weil ich will ja, dass mein Kanal gefunden werden kann. So, jetzt schauen wir erstmal darin und hoffen, ja, da ist keiner. Der Spruch ist neu. Ich wohne nicht unter einem Bett, ihr Trottel. Aber der kümmert sich auch mehr um die Minions bisher. Machen wir genauso. So, das Blöde ist, wir haben jetzt keinen Mana mehr. So. Na, aber vielleicht weiß es ja jemand von euch, ob es diese Kanaleinstellungen für die Tags immer noch gibt und wenn ja, wo, schätzen wir es doch bitte in die Kommentare. Und das Zweite, was mich stört... Ah, ich glaube, da warte ich noch ein bisschen, sonst sterbe ich gleich. So, das Mana spare ich mir jetzt. Oder ich hole mir einfach zwei Kids kurz. Ne, aber das Zweite, was mich stört, ist das Kanalbild. Also, dieses Teil da oben. Das Bild. Ich kann es nicht ändern. Also, das heißt, ich kann es schon ändern, aber das Blöde ist, ich kann meine eigenen Fotos dort nicht reinstellen. Ich kann es jetzt hochladen, aber wenn ich dann sage, ja, nimm das als Kanalbild und speichere das, dann sagt er, nee, mache ich nicht. Keine Ahnung wieso. Wisst ihr vielleicht, wieso? Muss man da irgendwas Spezielles einstellen? Also, die Kanalgröße von 2120 ist es, glaube ich, auf 1192. Die habe ich. Ich habe es auch schon größer versucht, kleiner funktioniert es nicht. Das ist totaler Schwachsinn irgendwie. Ha, wieder ein bisschen Gold bekommen. So, jetzt haben wir uns in Dornen tobt. Ich glaube, der hat was vor. Hm. Also, den Dornen tobt hat man vorher vielleicht auch schon vor der zweiten Stufe von Riss. Ja. Das hat ein bisschen... Yes, es ist Blut und ich bin es nicht. Ha! So, und ich kann jetzt nichts machen. Ich glaube, ich schaue jetzt lieber ein bisschen ab. Wie viel Gold bräuchte ich denn für das nächste Item? Das ist das hier. Äh, 1200 insgesamt. Naja, schauen wir mal. Wir haben SS. Und das Mann ersparen wir jetzt. So, da ist er wieder. Komm, den kriegen wir wenigstens. Ja. Also, wisst ihr für meine Probleme vielleicht irgendwas, weil, würde mich schon gerne interessieren. Ich würde, auch wenn ihr mir irgendwas Neues beibringen könnt, oder wenn ihr sagt, äh, das stört euch, scherzt mir doch bitte, weil man kann ja jetzt viel mehr machen. Ha, ich habe mich endlich mal getroffen. Also, das... Ich komme wünschen gerne nach. Sofern ich das nicht sage, das hört sich total scheiße an. So, eigentlich sollte ich schon öfters killen, weil dadurch kriege ich ja nicht nur Leben, sondern auch Mana wieder hier. 4,5 Mana. So, ich glaube, der ist hier. Ich schreibe mal vorsichtshalber SS. Und, bisher, da ist er. So, komm schon. Mist, der hat mir ab. Mist. So, jetzt ist er aber wieder Reh. Das blöde ist, ich habe jetzt kein Mana mehr für Fraß, das würde ich schon gerne benutzen. Mich brauche ich da 100. Habe ich fast. Dann kann ich es wieder benutzen. Fünf Mana noch. Boah, ich habe den zurückgedrängt. Oh, oh, scheiße. Ja, ich habe es gesehen, danke. Dann porte ich mich lieber mal zurück und kaufe mal Items. Muss Fraß halt warten. Das ist bestimmt der Jungler von denen. Der ist ja zur Hilfe gekommen, weil ich ihn zum Turm gedrängt habe. So, der ist da. Der ist da. 450 brauche ich noch. So, und wieder aufwärts. Also, nach oben halt. So, der ist weg. Das ist. Der ist... Putsch, wo ist der hin? Nein. So, komm schon. Ja. Bisschen mehr. Komm. Der ist immer noch weg. Der ist ganz weg. Immer noch. Schau mal. Ah, nee. Reh. So, jetzt trau dich. Dann kill ich meine Minions. Und ich. Na toll, alles daneben. Aber mit Hilfe der Minions kann ich ihn töten. Ah, scheiße. Jetzt kommen dem seine Minions. So. Nein, meine Dornen haben den Champion getroffen. Nein, jetzt war ich zu nah, so ein Scheiß. So. Thanks. Danke. Oh, verdammt. Da ist Wabik. Wage es herzukommen. Und. Nein, kein Mana mehr. Verdammt, ich habe kein Mana. Scheiße. Dabei werden wir fast weggeportet gewesen. Naja, wir brauchen auf jeden Fall als erstes das hier. Das gibt uns nämlich zusätzlich Mana und ich glaube, das ist mehr wert. Als bisschen mehr Leben. Und Lebensregeneration macht das andere auch noch. Oder? Ja, erhöhte. Ähm, erhöhte Heilung halt. So, schauen wir doch mal hier in die Mitte. Der Fürst gegen Arie. Ja, schaut ganz gut aus. Ach Mist, ich bin gerade zum ersten Mal gestorben, merke ich. Verdammt. Nach nicht mal zehn Minuten schon. Da war das letzte Spiel besser, da bin ich nicht ein einziges Mal gestorben. Oh, da ist... Scheiße. Nein! Wie ihr? Du zerstörst mir was. Komm schon, komm schon. Komm schon. Hier werden wir nicht in der Falle. So. Ach komm, blöder Turm. Lass mir halt meinen Spaß. So, schauen wir mal. Ich glaube, die wollen mich in eine Falle locken. Also, ich habe ein bisschen Angst vor Wabik gerade. Geil, erwischt. Ja, komm, mach halt endlich mal was. So, lassen wir jetzt mal. Ja, geil. Er ist fast tot. Ha, Fiss hat ihn gekillt. Danke. Das blöde ist, ich glaube, Wabik wird es gleich kommen. Und ich sollte jetzt weg. Da ist er schon. Ah, müsste schon wieder kein Mana mehr. Und Fraß wäre verfügbar. Bringt mir aber nichts, weil ich kein Mana habe. Ah, aber ich gleich wieder. Nur noch 10. Boah, Wabik, ich komme. Mist. Schacko wollte ihn töten. Komm schon. Nein, 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 nein. Mist. Ach, bloß, weil ich kein Mana mehr hatte. So, da ist der, da ist der 230 Amis kriege ich nicht. Ha, jetzt kommt Fiss auch noch. Ah, scheiße, und da ist Ari. Nein. Ja, Fiss konnte sich wegteleportieren. Komm schon, Fiss, du hast es fast geschafft. Okay, er hat es nicht geschafft. Wie schaut es ein Bot aus? Da ist unser Renekton. Eigentlich sollte der ja top. Das wäre lustig. Renekton gegen Renekton. So, als bin ich schon zweimal gestorben. Finde ich voll für den Arsch. Umw, Bot. So, das heißt, er braucht Hilfe oder was? Naja. Und zack. Ja, passt. Finde ich toll. Jetzt können wir uns wieder ein bisschen was kaufen. So, ich bleibe jetzt erstmal hier und schreibe SS. Der ist bestimmt da drin. Nee. Hier drin. Nee, der ist weg. Der ist wirklich weg. Komm, tötest du mir nicht alle Minions weg. Da ist er. So, zack und. Ja, jetzt haben wir ihn gefressen. Aber ich glaube, der Warwick kommt jetzt sicher gleich wieder. Dafür habe ich Angst. Weil da steht es 2 zu 1 und so stark bin ich leider nicht. Und in 40 Sekunden könnte ich wieder den Nächsten fressen. Ach, komm. Der Schakko wäre hier. Aber wenn der Warwick jetzt hier irgendwo wartet, dann ist mir das doch zu weit weg. So, keine 10 Sekunden mehr. So, wenn du jetzt herkommst, Renekton, dann bist du des Todes. Oder wenn du da hinkommst. Fress mal den da. Bevor wir es dann nehmen, da verschwenden und wieder nicht töten. Ich würde nämlich gern erstmal die Stacks sammeln. Die Stacks sammeln. Ha. Ja, dann mache ich noch nicht so viel Schaden. Aber er portet sich zurück. Das finde ich toll. Und da wir das gesehen haben noch. Na komm, komm her. Oh fuck. Eigentlich sollte ich auf die anderen gehen. Nein, 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 nein. Böse, aus. Boah. Hat der SS gesagt? Nee, hat er nicht. Wo bleibt der... Wo war dein SS fürs? Ah, der ist... Der selber SS. Na toll. So, fress mal wieder ein. Passt. Der ist finde ich super, weil Jougoth kann sich auf Dauer selber mit den Minions heilen. So, der ist weg. Der ist irgendwie das S gegangen. Der ist wahrscheinlich zurück sich heilen. Das hat er... Die Situation hat er ausgenutzt von der Ari. Dass die Ari gerade da war. So. In knapp 20 Sekunden können wir wieder einen fressen. Das heißt, in der nächsten Welle. Da ist er. Boah, der hätte uns fast gesehen. Das mag ich gar nicht. So, ich bleibe jetzt hier, um Erfahrung zu kriegen. Warte dann aber, bis... Naja, bis er da ist. Bis sie mir in den Ziel sind, damit ich sie fressen kann. So, geh fressen. Zwei Schläge brauche ich dann sind die... Ja gut, die sind aber auch schon angeschlagen gewesen. So, es ist wieder... Ah nee, hier, Reh. So. Da kommt... Ah, der mit seinen Attacken... Da killt sie bereits. Wir noch nicht. So, einer tot. Und zwei... Drei tot. Und die anderen sterben auch gleich. Ach klar, dass die vorhin Schaden hatten. Meine Dornen. So, wir haben wieder volles Leben. Und 300 Mana. Und in 10 Sekunden ist Fraß verfügbar. Ja, ich bin noch nicht zu nah an den. Was ich aber will, ist den Super-Bassalen da fressen. Zack. So, der ist da rechts gegangen. Das habe ich genau gesehen. Das heißt... Ja gut, er ist wieder da. Oh fuck. Wieso sagt der nie SS? So, das frage ich ihn jetzt. So, dann noch kaufen wir uns Dester und Dester. Und für Dester bräuchte ich bei 550. Haben wir gerade noch nicht. Ja, das ist jetzt total blöd. Na, ich hoffe, der sagt es ab sofort. Jetzt soll er noch gefragt haben. Ich glaube, unserer ist wieder weg. Ah Mist, und wir hatten schon vier Einheiten. Glaube ich, jetzt nur noch zwei. Wir hätten abhauen sollen. Mensch, so blöd. Jetzt müssen wir aber die ganzen Stacks wiederholen. Naja. Auf jeden Fall ist er weg. Also SS. Und unten sind... Ja gut, die zwei plus der Jungler. Das sind die gerade zu dritt. Und die Ari kommt auch noch. Und Fürs hat wieder kein SS gesagt. Eure Stimmen sind die Geistel der Welt. So, schauen wir mal. Jetzt haben wir es für dener benutzt. Ich hoffe, das war kein Fehler. Der macht jetzt wieder irgendwas. Aber... Irgendwas hat er gemacht. Ich habe keine Ahnung was. Aber ich habe ihn hier getroffen. So, das war der Erste. Der Zweite kommt... Und der Dritte auch noch. Und der Vierte. So, und der Fünfte. Und der Sechste den Kill the Minions. Ha, erwischt. Ah, scheiße. Der Turm. So, porte dich zurück. Mist, jetzt sehe ich es nicht mehr. Ach Mist, da wäre ein Super-Versal gewesen. Auf den hätte ich sparen sollen. Egal. Wir kriegen jetzt erstmal Mana und Leben zurück. Ein Verbündeter wurde getötet. Hoffe ich zumindest. So, zum Zung gehe ich noch nicht. Das ist dein Glück. Getötet. Oh, oh. Wisst, wir haben keine Minions mehr. Der Zung kreft uns an. So, schön sammeln. Warwick ist da. Das finde ich super. Aber wo ist die Ari? Wo ist die Ari? Wo ist die Ari? Die macht mir Sorgen momentan. Mist. So. Komm, der in den Turm will den Kimmer jetzt. Was? Gleich. Der Turm liegt gleich. Komm schon. Nein! So, ich hab's ja gesehen. To destroy the tower. So. Dann haben wir uns wieder ein paar Sachen. Okay, ach komm, was kann ich dafür, dass ihr da hinkommt und in den Tower auch noch reinladen? Mist, jetzt ist der weg. Jetzt ist unser Turm zerstört. Mist. Naja. Mist, jetzt hab ich nur noch ein Stack. So. Schöne Minions töten. Oh, da hat er recht. Ihr seid so hässliche Kreaturen in Minions. Kann es sein, dass der wirklich ein komplett neues Sprachset bekommen hat? Naja. Wurscht. So, SS. Ein Gegner dominiert. Ein Gegner dominiert. Das finde ich nicht toll. So, wieder drei Stacks haben wir jetzt. So, was passiert da? Der ist immer noch weg. Ah, das ist überhaupt nicht gut, wenn die einen Turm zerstören. Das war eigentlich überhaupt nicht. Der ist noch zu gefährlich. Also ich sag, äh, ja. Fast. Der ist rausgerannt. Einfach so. So. Und dann erwische ich ihn nicht mal. Komm. Komm schon. Mist, der ist zu schnell. Dann fress mal den aber wieder vier Stacks. Die wollen jetzt aufgeben, aber ich will nicht. So, ob der mich gesehen hat? Ich weiß es nicht. Äh, ja. Ich glaub, der hat mich gesehen. So. Der ist weg. Unser... Unser Nektan wäre jetzt hier. Da ist er. Oh, oh. Oh, oh. So. Komm schon. Der Turm ist zerstört. Komm schon, den killen wir auch noch. Oh, oh. Wir killen ihn nicht mehr. Komm schon. Ah, Mist. Das waren jetzt vier. Aber der Turm wurde zerstört. Ein Verbündeter wurde getötet. Ah, Mensch. Das war so knapp. Wir hatten beide fast getötet und dann komplett zwei neue. Und wir waren nur zu zweit. Aber immerhin haben wir den Turm zerstört. So. Ich seh grad, das ist der erste gegnerische Turm, den wir zerstört haben. Ein Verbündeter wurde getötet. Wo hab ich zwölf, eins? Ja, und? Ich werde nicht aufgeben. Ich starte doch nicht ins Spiel, damit ich es einfach dann wieder beende, wenn ich keinen Bock mehr hab. Also, wie gesagt, wenn ich... Nur weil ich denke, ich kann nicht gewinnen. Gewinnen ist ja nicht der Sinn des Spiels. Ja, gut. Hier vielleicht schon, aber... Das Ziel, aber nicht der Sinn. Man spielt ein Spiel, wenn man Spaß haben will. Versteh ich das auch nicht, dass sie immer so aufgeben die Leute. Ich kann schon sein, dass für manche nur Gewinnen Spaß macht, aber... Nee. Also, ich versteh das nicht so. So, jetzt greifen wir die da mal an. Die da tut mir auch direkt. So. Jetzt kann man auch wieder ein bisschen mehr mit Riss anwenden. So. Noob. Na toll, wir beschreiten da jetzt schon wieder. Ah, Esra, hier wird jetzt nur beschimpft. Gut, das waren jetzt die Falschen, die ich getroffen hab. Ich wollte eigentlich jemand anders treffen. Egal. Vier Stacks hab ich wieder. Und ich bin Level 17. So, und ich glaube, die sind alle so ziemlich entweder tot oder in der Mitte. Das heißt, wir können uns jetzt hoffentlich wagen, den Turm hier zu zerstören. Ich würd's zumindest... Ja, also, zumindest vier sind unten bei uns. Und... Der Warwick, der fehlt. Ich glaube, der kommt jetzt dann hier gleich, um mich aufzuhalten. Ich hoffe, er braucht noch ein bisschen. Ja, da ist er. Komm schon. Ah, ich glaube... Der tötet mich. Ja, der tötet mich. Aber es war ein schwerer Kampf, den er hatte. So, als nächstes holen wir uns, äh... Hier, Höllenzepter. Oder haben wir schon... Nie, wir holen uns das Höllenzepter. Oder? Ja, wir holen uns das Höllenzepter. Endgültig. So. Die anderen haben den Turm hier immer noch. Das find ich super. Und der hier ist ja jetzt schon fast zerstört. Also beim nächsten Mal... Er fällt hoffentlich. Das wollen die Baron machen. Das ist keine gute Idee. Mein Leben noch alle. Ja, Renekton sieht das genauso wie ich. So. Ach Mist, jetzt bin ich wieder nur auf zwei Stacks. Ich hätte abhauen sollen, ich Idiot. Na, wir kommen jetzt dem zumindest zur Hilfe. Ah, das ist überhaupt nicht toll. Wenn der Gegner im Blutrausch mal verfällt. Komm schon, ich will dich fressen! Ja, gefressen! Ja! Oh oh, ich sollte abhauen? Oder soll ich... Nee, ich helfe ihm. Okay, jetzt sollte ich abhauen. Ah, zumindest noch einen Nektorn erwischt. Okay. Das finde ich nicht toll. Ich glaube, der will mich jagen. Ich glaube, der jagt mich auch hier. Okay. Aber, der Fraß haben ihn genügend Angst in gejagt. Das ist Renekton top. Kann es sein? Ja, ich glaube schon. So. Und den der Typen auch noch. Jetzt haben wir 1400 Gold. Dafür kaufe ich mir jetzt was. Wir sind doch schon fast Level 18. Und wir haben drei Stacks. So, ich gehe dann wieder top. Und dann... Wir haben ein Level 18. So, machen wir das jetzt. So, sieben... Ach, komm. Wir hätten erst top gehen sollen. Dann hätten wir uns jetzt erst noch kaufen können. Äh, null Magiemantel ist es, glaube ich, oder? Nein, Negatonmantel. Ihre Stimmen sind die Geisel der Welt. Okay, wir gehen in die Mitte. Mittlerweile haben wir scheinbar die Phase erreicht, wo es nur noch Teamfights gibt. So haben wir recht sein. So, wer wird zuerst gefressen? Ich weiß es nicht. Diese Minion! Oh, unten ist er alleine. Gegen drei. Okay, es waren zwei gegen drei. Ich glaube, die kommen jetzt nach oben. Ist das so? Ja, da sind sie. Zumindest die Minions ein bisschen erwischt. Und ich will wieder einen fressen. Da ist die Ash. Da ist die Ash. Ah. Ja, wieder die Ash erwischt. Erwischt. Ah, aber diesmal keinen. Wieder keinen. So, ich muss unbedingt zurück. Ich brauche Mana. Und wir können uns den Negatonmantel kaufen. Und wir können uns den Negatonmantel machen. So, noch 980. Dann haben wir das hellen Zepter. So. Los geht's. Hm, vielleicht hier unten mal kurz. Ach, Israel geht schon. Dann gehe ich hoch. Oh, geil. Unsere Minions haben hier fast geschafft, den Turm zu zerstören. Was? Wo? Was? Nein, Mist. Ich drehe jetzt mal einfach um. So, den haben wir gekillt. Ari ist der Nächste. Und vor Renekton. Ah. Sollte ich vielleicht abhauen. Vor Renekton und Moakai. Hey, ich hab's sogar überlegt. Ha. Und ich hätte jetzt Fraß wieder bereit. So, zwei sind tot. Zwei verfolgen wir. Wo ist der Dritte? Nicht gut. Gar keiner wischt. Scheiße. So, wir sind jetzt dann gleich vier. Chaco ist noch tot. Aber das macht nix. Ah, sie wollen den Drachen machen. Na, das ist doch mal ne gute Idee. Und ich hab sechs Stacks vom Fraß. Voll geil. Dann kann es sein, dass Riss bei dem gar nichts macht, sein Mist. Egal, dann greifen wir einfach nur normal an. So. Und jetzt porten wir uns aber zurück. Ja, gut. Dann folgen wir denen halt noch. Ich sehe schon mal drei von eins sechs verlieren. Pfff. 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 Keine gute Idee gewesen. Pfff. Pfff. Scheiße. Das war die Ari, die hat mich verliebt gemacht. So ein Mist. So als nächstes, wenn wir uns den hier. Ui, das ist geil. Angriffstempo. War ich noch 59? Nein, scheiße. Pfff. Alle fünf leben noch. Und wie sind alle fünf tot? Oh, Mist. Das war jetzt. Ach komm. Was willst du denn da jetzt noch aufgeben? Und? Was drückt der letzte? Wenn er ja drückt, haben wir aufgegeben. Aber die haben so oder so gewonnen. Also. Naja. Wie fallen die das Spiel? Also mir hat's gefallen, muss ich sagen. Obwohl wir verloren haben. Fand ich recht nett. Das einzige, was genervt hat, das waren diese dauernden Anfragen auf Aufgeben. Fürs Aufgeben. Das hat schon ein bisschen genervt, ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.